Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Power Wechsel. Ja, es ist endlich wieder soweit. Ich habe ja ein kleines Päuschen eingelegt. Eine kleine kreative Schaffenspause. Ja, mit dem Ziel, mich jetzt wieder in dieses Einmonats-Race zu stürzen. Wir sehen es hier, wir haben die beiden zur Auswahl, Hardcore und Normal. Ja, ich werde mal wieder Normal spielen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, vielleicht doch Hardcore zu nehmen, aber... Da gibt es jetzt so viele neue Sachen, also es ist ja jetzt eine Kombination aus alten Dingen, die es schon mal gab. Anarchy, Onslaught, Ambush und was es alles so gab. Ja, und da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt in die Hardcore-Variante stürzen. Ja, ganz wichtig, was soll es denn sein? Also, zuerst mal eine Hexe... Sie haben mich geäußert, wenn sie nur auf ihre Kräfte hörten. Habe sie nicht mein Haus mit Feuer genommen, hätte ich nicht ihre Kinder genommen. Jetzt bin ich von Rhaeklast. Ich habe die dunklen Räume gehört, habe ich den Terror in den anderen Exiles gesehen. Ja, ich vergesse immer, dass ich ja, äh, schlecht in das, äh, relativ laute Gequatsche meines Charakters reinsprechen kann. Also, eine Hexe spielen wir diesmal. Die habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht präsentiert. Also, wenn ich eine Hexe gespielt habe schon mal in einem Video, dann ist es schon ziemlich lange her. Ja, Elektrohexe habe ich die Gute genannt. Und Sinn des Ganzen, wir wollen uns mal an Balllightning probieren. Das wird zwar eine ganze Weile dauern, bis wir soweit sind, dass wir Balllightning zur Verfügung haben. Aber bis dahin kämpfen wir uns einfach mit allen Elektrosprüchen durch, die wir so finden. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie wir hier vorankommen. Ähm, dummerweise habe ich es jetzt nicht geschafft, ähm, mich direkt zum Start der Liga einzuloggen. Die Liga ist ja jetzt schon ein paar Minütchen dran. Sprich, ähm, überlege ich gerade, ich glaube, zwei Uhr in der Nacht. Das war, glaube ich, der Startpunkt. Jetzt haben wir sieben Uhr morgens. Also, das Ding läuft schon ein paar Stündchen. Aber, ich werde trotzdem alles dran geben, möglichst, äh, weit zu kommen und... Ja, möglichst vielleicht mal ein bisschen in den oberen Regionen der Liga reinzuschnüffeln. Hängt natürlich schon mal gut an, hier kein Mana mehr. Ja, ansonsten wieder schöne Ausgangssituationen, leere Kiste. Alles auf Anfang, ich liebe diese Neustarts. Eigentlich wollte ich ja einen Freezing Pulse Charakter spielen. Das war ja ursprünglich mal mein Plan. Das hebe ich mir aber für die nächste richtige Liga auf. Nicht für das Einmonatsrennen. Da wollte ich jetzt einfach mal, auch aus Aktualitätsgründen, mich um den neuen Skill Ball Lightning kümmern. Zumal ich, ähm, da ziemlich viel Potenzial drin erkenne. Okay. Ja, erstmal hier noch einen Skillpunkt vergeben. Mana Regeneration, das macht es am Anfang noch deutlich angenehmer zu spielen. Ja, mein Skilltree, den ich so anstrebe, den verlinke ich euch auch noch, äh, in der... im Videokommentar. Ich hab diesmal wieder mir Skillplan vorher angefertigt. Ich hatte jetzt bei den letzten Charakteren... Aber ich hab mir so ein bisschen aus dem Bauch rausgeskillt. Ich hatte noch keinen fertigen Baum am Anfang, den ich präsentieren konnte. Das ist hier anders. Ich hab die Woche also genutzt und mehrere verschiedene Charaktere mir überlegt, die man mal so spielen kann. Direkt mit kompletter Planung, welche Skillgams, welchen Baum brauchen wir und so weiter. Oh, ja, boll. Wird hochgelevelt. Ja, zum Baum selber kann ich schon mal sagen, der wird also, ja, ich sag mal, ziemlich geradeaus sein. Also, keine große Überraschung, denke ich mal. Au, da ist ein Baum. So, unser erster Elektro-Skill-Spark, den nehmen wir natürlich dann auch mal mit. Glauben wir mal, dass wir hier vielleicht schon mal ein bisschen was, äh... Ich kann mal hier das Spirit-Shield gucken. Spell-Damage, Spell-Damage, Life-Gederation. Hier, machen wir das so. Ähm... Der ist nicht gut. Das Ding nehmen wir. Feuerball... Spark. Jetzt nehmen wir einfach... Jetzt ist es egal. Ich bleib mal doch lieber bei dem, ähm, Zauberstab. Da hab ich den Vorteil, dann kann ich... Hallo. Ähm... Kann ich notfalls auch noch, ähm, mit dem Zauberstab selber auf Entfernung schießen. Ja, typischer Anfang. Erstmal auch ein paar Sachen mitnehmen, die diese... Hier, Scherben mit, äh, diese Scherben bringen. Scroll-Fragments. Einfach damit wir... mehr Sachen am Anfang kaufen können. Ja, nicht Sell. Da muss ich mich selber auch grad mal geistig wieder so drauf einstellen, dass wir jetzt wieder einen neuen Start haben. Heißt, jetzt, äh, kommen wieder so Sachen hier wie Choralringe einfach mal so kaufen, mit 30 Lebenspunkten. Aber 30 Lebenspunkte hier, wir sehen's, äh, das ist schon mal eben kurz ein Drittel mehr Leben. Also deswegen, die Dinger kann man am Anfang immer sehr, sehr gut gebrauchen. Das wird von einer alten Spark. Ähm, ähm, ähm... Ähm... Ich brauche mehr Mana. Ähm, ähm, ähm... Ähm, ähm, ähm... Ähm, ähm, ähm... Und nicht einkreisen lassen. Ah, ich freu mich schon drauf, wenn ich meine Clarity-Aura bekomme. Das ist für angehende junge Hexen immer so einer der größten Meilensteine, die man am Anfang des Spiels haben kann. Weil in dem Moment, wo wir Clarity zur Verfügung haben, spielt es sich doch wesentlich flüssiger. Wieso haben sich da in der Ecke so verschanzt? Da komme ich gar nicht dran. Das ist doch meine Lebensweisheit. Das ist doch meine Lebensweisheit. Oh, der erste Boss hier. Fire Fury. Gucken wir doch mal. Sollte aber kein großes Problem sein. Lässt aber leider auch nicht wirklich was fallen. Sollte mal einen Skill-Punkt noch vergeben. Okay, wir haben erstmal hier Spell-Damage mit. Ja, ist schon was anderes als bei meinem letzten Neustart. Da habe ich ja meine ganzen in der Liga gesammelten Gegenstände, vor allem die Unique-Items, mal benutzt, um einen neuen Charakter zu machen. Und ja, man ist dann doch schon unglaublich stark am Anfang. Jetzt gerade sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt sind wir wirklich genauso klein und pimpfig, wie man das meinen könnte von einem Einsteiger-Charakter. Also von einem neuen Charakter. Das hat also seinen ganz eigenen Charme, die ganz eigene Herausforderung, sich wirklich wieder bei Null hochzuarbeiten. Das habe ich schon mehrfach erwähnt, aber meiner Meinung nach ist das einfach das absolute Nonplusultra. Das ist der größte Spaß, den man bei so einem Spiel haben kann. Das ist der Invader. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt auf sowas treffe. Ah, schön. Ja, blitzresistent. Genau solche Gegner habe ich doch gewollt. Juhu. Meinen ersten Invader auf die Bretter geschickt. Ich habe nur die Befürchtung, dass die nicht alle so leicht sein werden. Level up. Ich werde jetzt erstmal gleichmäßig mich hier ein bisschen weiterarbeiten. Das heißt, ich hole jetzt als nächstes mir hier Mana-Lebensachen und hier Spell-Damage-Cast-Speed. Also ich werde erstmal bis hierhin zu Elemental-Domination gehen. Und hier, entweder da oder da lang, oben zu den Lebenspunkten. Erstmal ein bisschen Plus-Mana mitnehmen. Mana kann ich ganz gut gebrauchen, gerade jetzt am Anfang. Direkt der erste Orb of Alchemy. Das lässt sich doch gut an. Ja, ein Fireball, den level ich auf jeden Fall auch mit. Den kann ich nämlich spätestens bei Merville jetzt am Anfang ganz gut gebrauchen. So, ein bisschen mehr Mana können wir auch gerne mitnehmen. Da Sachen wieder mit, um später mir da normale Identifikationsrollen draus zu basteln. Inventar scheint voll zu sein. Die Lüfe geht noch mit. Ich brauche mehr Mana. So, wo kam ich denn her? Ich würde mich jetzt gerne mal kurz zurück in die Stadt gehen. Da oben. Dann würde ich nämlich kurz mein Inventar leer machen. Dann wangen wir doch mal an zu verkaufen. Also hier, die Sachen gehen direkt so weg. Bei den Schuhen, da gucke ich mal nach. Ja, okay. Da halten wir die. Operation, Operation. Kommt weg. Die Schuhe, kommt weg, kommt weg. Kommt weg. Haben wir zumindest Handschuhe. Die sind jetzt nicht wirklich in irgendeiner Form gut für uns, aber egal. So, das muss ich auch erstmal nochmal genießen. Oh, herrlich. Eine komplett leere Kiste. Ach, so schön kann sein. Dann machen wir das eben einmal so. Ein paar Sachen aufsammeln. Und direkt einmal wieder verscherbeln. Gerade am Anfang kann man durchaus ein paar Schriftrollen so gebrauchen. Okay, gerade den Chef hier gefunden. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Schaden mein Spark macht mittlerweile hier. Also bei Spark, der ist ja irgendwann auch mal verändert worden, dass der nicht ganz so oft hin und her fliegen kann. Früher, wenn man einmal so ein Ding losgeschossen hat und dann noch ein bisschen den beobachtet hat, dann ist der so gefühlte fünf Stunden von Wand zu Wand geflogen, bis der endlich mal verschwunden ist. Das ist mittlerweile so fern geändert, dass der jetzt wesentlich schneller sein Leben aushaucht. Dieser Spruch, der Blitz selber. Dafür macht er, glaube ich, aber mehr Schaden. Ich glaube, das war das, was ihm widerfahren ist in der Veränderung. Ja, ich erhöhe erstmal meine Mana-Regenerationsrate. Ahem. Ja, Level 50. Das ist doch mal ne Ansage. Ja, da bin ich noch nicht ganz. Ja! 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 Ich überlege gerade Level 50. Wie lange brauche ich denn noch bis Level 50? Wir haben die kranken Typen schon wieder wahrscheinlich die ganze Zeit durchgespielt. Ich brauche mehr Mana. Ach ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mich da unglaublich drauf freue, wenn ich endlich meine Clarity Aura habe. Es gibt irgendwie nichts Unbefriedigeres als eine Hexe oder generell einen Charakter zu spielen, der viel mit Magie arbeitet und ständig kein Mana zur Verfügung zu haben. Das ist echt unschön. So. Top-Knoten hier, 12% erhöhtes Leben, 12% erhöhtes Mana. Geflutet in Tiefen. Da könnte ich mich eigentlich schon fast reinstürzen, wenn ich den Wegpunkt denn schon hätte. Da ist er noch nicht. Viele, viele schöne Champions. Auf dass sie mir viele EP geben werden. Amulett. Ich glaube, ich habe noch keins. Das war jetzt nicht ideal für mich, dieses Amulett, aber immerhin trage ich dann auch eins. Und ein bisschen Lebensregeneration kann ja jetzt auch nicht schaden. Mir wäre eins mit erhöhter Mana-Regeneration deutlich lieber. Oh, das ist glaube ich der nächste Invader. Wieder so ein Typ hier. Hier. Nur wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah. Der benutzt auch Brawl-Lightning. Nur mit dem Unterschied. Er hat ihn schon. Ich noch nicht. Das ist der... ...gravierende Unterschied. Aber Submerge wäre auch eine Möglichkeit, aber immer noch keinen Wegpunkt. Den bräuchte ich jetzt viel dringender. Ja, da ist er. Wo sind denn jetzt die Gefluten in Tiefen hin? Da oben. Ja, da oben. Ja, mein Mana wird auf jeden Fall besser langsam. Ich brauche mehr Mana. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt wirklich mit Spark hier kämpfe. Ich kenne Spark ansonsten wirklich nur als Skill für Spell-Totem. Da ist er allerdings herausragend gut. Ich glaube, selber habe ich damit auch noch nicht wirklich gekämpft. Das stimmt. So, komm schon. Dweller of the Deep. Wir sind Slightling. Dinge, die ich nicht so gerne lese. Okay. Das ist eigentlich Standard? Das ist immer derselbe Gegner ist, der einen invasiert in einem gewissen Gebiet. Das ist jetzt Zufall, dass ich immer hier so ein Viech da erwischt habe, was da... Ja, ich weiß gar nicht, wie man die optisch beschreiben soll, die Dinger. Naja, gut. Wir werden sehen. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Typen davon. So, ja, leider jetzt erst die... Äh, mein Gott. Leider die erste Portalrolle jetzt hier verbraten. Hello. Okay, dann gucken wir mal. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Das auch. Das auch. Das nicht. Oben kommt weg. Der Köcher kommt auch weg. Die gucken wir uns jetzt näher an, die Sachen hier. Okay. Oh. Kann ich nicht benutzen. Warum denn nicht? Keine Stärke. Das ist natürlich doof. Elf Leben. Da wäre ich doch tatsächlich lieber mal in alten Schuhe. Den parken wir mal. Den Ring können wir los. Können wir uns... Dem können wir uns entledigen. So. Medium Life Flask. Das sollte man natürlich mal mitnehmen. Zack. Ja, die Rüstung packe ich dann... Die Sachen packe ich dann erstmal in die Kiste. Ich kann ja jetzt wieder alles zumüllen. Juhu. So, erstmal Questbelohnung abholen. So. Stormcall. Icenova. Icepear. Ja, ich denke mal, da wird es ein Stormcall werden. Jawohl. Stormcall. Ich werde jetzt einfach immer, wenn ich die Wahl habe und sonst nichts Wichtiges dabei ist, dann nehme ich mir jetzt alle Elektro-Skills, die ich irgendwie in die Finger bekomme. So, ja, jetzt haben wir schon mal den Vorteil, jetzt sind wir hier bei den Lebenspunkten angelangt. Kann man also jederzeit Lebenspunkte dazu holen. Das ist doch schon mal sehr gut. Und als nächstes hier erstmal Angriffsgeschwindigkeit, bzw. Zaubergeschwindigkeit und Zauberschaden. Und ich sollte meinen Stormcall auch ausrüsten. Jetzt hoffe ich, dass das alles einigermaßen, ja, im Zeitrahmen war. Gut, ich habe nämlich keine Lust, hier die Karte nochmal neu aufzudecken. Gucken, ob ich den richtigen Knopf hier habe. Jawohl. Gut, ich habe mich. Das war ja freulich einfach gerade. Ich brauche mehr Mane. Das war schön vorbeigeschossen hier. Entschuldigung. 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 Unique. Das freut mich doch jetzt mal sehr. Und ich glaube, das könnte sogar ein brauchbares Unique für mich sein. Jawoll. Das ist mal ein richtig cooles Unique-Item. Das kommt mir wirklich sehr entgegen gerade. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Sehr schön. Vielleicht kann das Ding auch noch was. Ne, leider nicht. Hier haben wir noch einen Ring. Könnte auch gut sein. Auch mit Cast-Speed. Ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Und the ledge. Ja, perfekt. Ach, sehr schön, sehr schön. Was habe ich denn jetzt eigentlich für ein Level? Sieben. Und hier sind wir auch Level sieben. Das Spiel sogar schon überholt. Ich habe die Invasoren gefunden. Ich bin. Schwert. Wie ist denn? Geht doch. Ja, bisher finde ich die erstaunlich leicht, die Invasoren. Weil der jetzt noch ein bisschen, ähm, unangenehmer war als die vorherigen. Aber wollen wir den Tag nicht von Abend loben. Ich denke mal, da wird noch der ein oder andere sehr, sehr böse kommen. Okay, erstes korrupiertes Gebiet. Das lassen wir aber auch erstmal links liegen. Korrupierte Gebiete werde ich mich, wenn dann, überhaupt später mal kümmern. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, so richtig spannend, äh, für mich jetzt auf jeden Fall der Kampf mit Brutus, da gibt's nämlich meine, oder in Anschluss meine Clarity-Aura, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wäre schon ziemlich cool, wenn wir da mal, äh, langsam hinkommen würden, also zumindest an die Clarity-Aura, 51. Ja, da hab ich noch ein bisschen was aufzuholen, würde ich meinen. Ich brauche mehr Manor. Ich bin gerade wirklich auch noch ziemlich erstaunt, wie gut Spark eigentlich funktioniert. Und das, obwohl Spark gar nicht supported ist, eigentlich wird Spark erst richtig interessant, wenn man noch einen Fork dazu hat. Das ist dummerweise, Fork auch keine, kein Support-Game, welches ich gut bekommen kann als Witch. Das wäre mehr was für einen Shadow oder einen Ranger. Oder auch einen Duelisten. Aber ich, äh, sollte eigentlich keine Möglichkeit haben, an einen Fork-Game ranzukommen, außer ich tausche es mir. Könnte ja nachher mal schauen, vielleicht so spaßeshalber, was mich so ein Ding kosten würde, wenn ich im Moment eher noch nicht viel zum Tauschen habe. Und ehrlich gesagt, wenn ich tauschen wollte, dann würde ich am liebsten natürlich ein Spell-Echo haben. Ich denke, kann mir nur gut vorstellen, dass Spell-Echo nicht ganz günstig sein wird. Also ich würde mal sagen, mindestens so teuer wie ein Multi-Strike. Also unter, ja, wenn ich zu hoch greife, aber ich denke mal, unter 5 Chaos Orb sollte da nichts zu machen sein. Wird eher teurer sein. Das ist schön, ganz viele Champions. Das ist schön, ganz viele Champions. Das ist schön, ganz viele Champions. Wir haben den einfach umgespellt, äh, Stormcalled. Was heißt das Ding, Stormcalled? Ja. Ja, Stormcalled ist auch nach wie vor ein Spruch, den ich wirklich, ähm, durchaus spannend finde. Ich meine, ich habe ja auch schon mal einen, ich habe den auf jeden Fall schon mal gespielt, einen Charakter mit Stormcalled. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Video gemacht habe oder nur so für mich. Das Problem, was ich damit hatte, ich mag halt so, also so wie jetzt mit Spark, dass man halt wirklich so einen Spruch hat, den man in Richtung Gegner schießen kann und, ähm, ja, es fühlt sich ziemlich direkt an. Und Stormcalled hat immer so ein bisschen was von Artillerie. Man löst die Dinger aus, positioniert sich um. So ein, ja, es ist ähnlich wie Poison Arrow oder auch, ähm, Discharge oder Flameblast. Das sind halt so die Sprüche, da man fühlt sich damit irgendwie langsamer. Das hat so, ich, ich, ich habe immer so dieses Artillerie-Gefühl, sag ich mal. Ich kriege irgendwie Koordinaten, wo ich hinballern soll. Und ansonsten versuche ich einfach nur aus dem Weg zu gehen. Finde ich halt auf Dauer nicht so, nicht so schön wie jetzt dieses direktere Gefühl. Ich gehe jetzt da hin und haue mir jetzt einen Spruch hier um die Ohren. Okay, so. Ja, ich spiele schon eine ganze Weile jetzt. Das heißt, ich sollte mir jetzt den Wegpunkt besorgen und dann hier auch mal das Video beenden. Ich muss den ganzen Kram ja auch noch hochladen später. Okay. Okay. Das war's. Das nervigste, immer noch nicht Keine Exalted Orbs hier gefunden Jetzt hätte man ja locker schon mal Fünf Exalted Orbs bekommen können Bin ich jetzt noch ein bisschen enttäuscht Bis zum nächsten Mal What the fuck? Schon wieder ein Unique Blöderweise kein für mich interessantes Aber dennoch Kein Platz mehr dafür Irgendwie freigeschaufelt bekommen So geht's Kenne ich den schon? Sagt mir gar nichts Okay Den kenne ich echt noch nicht, den Köcher Ich weiß nicht, ob der neu ist Auf jeden Fall sieht der gar nicht so schlecht aus Dumm nur, dass ich mit dem Köcher gerade nicht viel anfangen kann Verdammt Dann habe ich den Wegpunkt mal wieder übersehen Dann Muss es doch der Lower Prison Waypoint sein So, bevor es weitergeht Ja, der Punkt ist auf jeden Fall Sehr schön 20% erhöhter Schaden Elementarschaden bei Sprüchen Kann ich natürlich unheimlich viel mit anfangen Mit dem Ding Also Das klang jetzt fast ein bisschen Ironisch War es natürlich nicht Sondern da kann ich wirklich eine ganze Menge mit anfangen Hm? Ja! Die ganzen Champions hier. Schöne EP. Boah, Hilfe. I need more mana. Komm, was soll ätzen mit deinem blöden, äh, mit deiner blöden Frostwand da? Jetzt haben wir den Necromancer schonmal. Das ist viel wert. Kann ich nämlich die Skelette hier weghauen, ohne dass sie ständig wiederkommen. Komm. Hm? Komm. 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 What the fuck? Okay, der war deutlich übler als alle bisher Dagewesenen. So, eins, gucken, ob der Scepter da noch irgendwie mitbekommen. Das Ding brauchen wir nicht unbedingt. Ja, jetzt wäre es echt allerhöchste Eisenbahn für den Wegpunkt. Ach, ich fasse es nicht. Upper Prison. Ich will erstmal den Wegpunkt haben. Ach, Leute, Leute, Leute. Bitte. Okay. Da. Ach, endlich. So, aber... Jetzt... Okay, ist grad kein Gegner. Doch, da ist noch einer. Jetzt möchte ich aber auch noch eben eine Level-Up mir einverleiben, aber... Ich grad, wie gesagt, kann nicht genug Gegner drumrum. Egal. So, ja. Also, erstes Video erfolgreich absolviert. Level 10. Gut, wie gesagt, ich hinke etwas hinterher. 52, haben wir gesehen, ist aktuell der führende. Das heißt, Fenrir, schwingen die Hufe. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch der Charakter bis dahin ganz gut gefällt. Also, ich bin erstmal ganz überzeugt davon, dass es ein spaßiger Charakter wird. Und mit Sicherheit sollte Ball-Lightning auch ein Skill sein, wenn wir ihn später haben, der doch ziemlich Endgame-tauglich ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin mit dabei. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.